Da muss ich einmal vor dem Ding nachfliehen. Oh, klasse. Ich laufe und laufe und laufe und laufe. Soll dahinten irgendein Checkpoint erreichen. Okay, mir fehlen jetzt natürlich sämtliche Fähigkeiten, die ich vorhin so hatte. Am Anfang des Spiels wird es so typisch, dir wird gesagt, was du alles irgendwo mal haben kannst. Und jetzt hast du halt irgendwie auf dem Minimum reduziert. Wir können auch noch nicht so hoch springen. Ich kann ihn noch so schön hier gedrückt halten. Ähnliches. Aber was nicht ist, kann ja noch kommen. Achso, jetzt soll ich hier nochmal lernen. Wir können was antagen, targeten und lockern und gedöhnt. Und dann kann ich hier das Auto auf ihn draufschmeißen. So, komm. So, nö, nö. Dahin will ich das. Dahin will ich das hinwerfen. Ja, jetzt mach das. So, und jetzt soll ich da oben auf die Wand hochlaufen. Ja, machen wir es doch. Das kann ich. Ich kriege gerade so hin. Und noch höher soll ich. Okay. Ja, dann mal hin. Ich mein, da können ja auch nur Helikopter hinfliegen. Aber es geht das Prinzip, hauptsächlich bin ich erstmal ganz weit oben. So hoch wie es denn nur eben wie geht. Was natürlich schon cool ist, wenn du dann irgendwie so über so eine Stadt bist, ne. Und dann erstmal überall hochlaufen kannst. Überall. Ah, okay. Ich kann hier auch hochspringen und das Ganze dann dadurch ein bisschen beschleunigen. Okay. Gut. Dann suche ich mir Objekte und werfe die halt auch auf die. Komm. Und zack. Er fliegt doch nicht weg hier. Könnte jeder kommen. Einmal. Und ihr kriegt dafür Erfahrungspunkte jetzt. Okay. Gut zu wissen. Trifft das da noch? Nein, es fliegt erstmal dran vorbei. Na gut, kann man natürlich machen, muss man nicht. Bämms. Das kann nicht passieren. Jetzt ist er. Ex-Flex-Flex-Flex. Er ist Name ist Mercer. Hostile Sighted, Kontakt im Ingen. Kontakt im Ingen. Bevor die Begründung. der hat den ganzen menschen sich aufgesaugt na lecker ja ok gut b und dann y alles klar also halt erst greifen so wie halt sonst auch immer und halt y das ist das was ich eigentlich im tutorial auch schon gemacht habe hallo und einfach mal aufsaugen ok diese dana ist also seine schwester so kann ich das hier irgendwie aufheben da diese waffe kann ich okay gut jetzt habe ich hier okay so kann ich also umher switchen zwischen das was ich da gerade habe und das was ich sein kann und so kann ich jetzt unentdeckt halt durch die menschen halte durchgehen das hat nämlich die andere mischung gesehen wenn wir da ganz ganz unten halt so einen kleinen radar dafür der halt gelb leuchtet wenn wir halt bemerkt werden so ein bisschen ähnlich wie bei assassin's creed da ist ja auch so einen kleinen merker dafür wenn ich jetzt hier so davor gehe dann ist alles gar nicht schlimm wenn ich jetzt hier anfangen zu ballern wahrscheinlich schon mehr das ist auch nicht auffällig das muss ich mal kurz ausprobieren kann ich hier denn so unauffällig halt irgendwie was machen hier so dumm 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 das ist gar nicht schlimm das ist für euch vollkommen normal dass ihr so eine einheit das einfach mal macht ja wenn ich jetzt hier sowas mache dann mögt ihr das natürlich nicht okay zur kennenz genommen also ich muss nicht irgendwie so tun als wäre ich unauffällig was natürlich irgendwie schon seltsam ist aber okay ich meine sonst hätten wir auf ein wesentlich langsames spiel vorkommen wir gehen jetzt erstmal zum nächsten checkpoint ja dann mal los einfach mal hoch hier so und jetzt die würden wir locker vernichten disguise ähm to the right of the minimap so disguise ja gut mhm 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 wenn der shutter ist open you are being watched by enemies alles klar also das was ich quasi gerade erwähnt habe every action that reveals your true identity fills the meter ah ok when it fills completely your disguise is compromised compromise disguise is marked in red this indicates that military units are in a state of alert and will engage you inside when enemies lose sight of you the disguise icon slowly drains stay out of sight until the icon is empty if you have a grey form in your other disguise slot and accurately unseen the switch icon disappears ok press den linken gedünstigerns to safely change forms and evade your enemies this is the best way to quickly get military off your back gut jetzt ist natürlich die frage was alles zählt halt dazu halt um halt entdeckt zu werden wird halt äh wände hochlaufen und ähnliches zählt das dazu hoch springen schnell laufen ähm muss ich gucken enemies that cannot see äh you are white on the minimap enemies that can't see you are yellow enemies that are alerted to your presence are wet alles klar also diejenigen die mich nicht sehen können sind weiß auf der map diejenigen die mich bemerkt haben sind gelb und diejenigen die alarmiert sind sind rot ok gut mal sehen hier wie viel kann ich denn hier machen kann ich hier so rum springen das geht auch kann ich wände hochlaufen direkt bei euch ja ok also soviel zu thema die sind voll faszinierend über das was ich da tue so erstmal eintreten hier 4 10 9 9 10 10 11 11 14 14 15 15 15 15 15 20 15 15 15 I'm not going to hurt you. I need your help. Jesus. I knew something fucked up was going on at Gen Tech. What the hell happened to you, Alex? I've been researching that whole fucked up organization for weeks. I was poking around to get you information. Don't you remember, you wanted to find out what was going on at the highest level at Jet Tech. Anything about the director of research team. Are you okay? Do you know what happened? I haven't even seen you in five years. Not until you show up at my door last month. Is there somewhere we can go? Yeah, I, um, I know a place. Good, also Gen Tech, yeah? Irgendeine komische Firma, wo wir gucken wollten. Was, was machen die denn da? Auf ein, äh, es ist ein Freundsplatz. Auf ein, äh, höchst Level. Uh-huh. Uh-huh. Patagonia, oder so. Any idea what this all means? No, but I'm gonna find out. I mean, this is a story of the century, so somebody's gonna know what the fuck is going on here. You know, they were waiting for me at my place, so... Most definitely yours. Where do I live? There. Okay, wir wollen uns jetzt halt aufmachen zu unserem Haus. Oder halt da, wo wir wohnen. Weil die Leute, die halt auch nach, nach Dana auf, äh, aus sind, wollen halt, sind eigentlich hinter mir hin. Hinter Alex Mercer. Und, ja. Ne? Gucken wir mal. Wird schon. Wird super. Ja, das ist richtig. Also, sie haben keine Ahnung, wozu halt Alex, äh, fähig ist. Äh, hier auch schön hier DC-Logo hier, vorne vorm Plakat. Wus gar nicht, dass die das hier einfach so zeigen dürfen. Aber, okay. Können sie the mine, sollen sie nur. So, wann komme ich denn da Instruktionen darüber halt, dass ich auch irgendwie skillen kann und ähnliches. Ich hab ja jetzt schon einiges an Erfahrungspunkten. Also, glaub ich. So, einfach mal hier hoch und dann mal gucken, ob ich hier irgendwo weit springen kann. Komm, einmal hoch. Ah, das war zu viel des Guten. Ah, da hinten muss ich ganz hin, ach du Scheiße. Okay, also bringt es nix irgendwie, hier über die ganzen Häuser zu gehen. Ist dann doch irgendwie hier ein bisschen schneller. Na, dann mal auf, auf. Immer diese Leute mit ihren komischen Superkräften hier. Furchtbar. Könnte ja jeder kommen. Ich werde auch immer wieder gesehen. Ne, die Leute suchen auch nach mir. Aber wirklich. Eine Gefahr darstellen tue ich jetzt wohl irgendwie nicht. Sonst würden die. Nicht nur. Nicht bemerkt, sondern halt sofort alarmiert sein. Würde ich hier als Alex Mercer rumlaufe, oder? Oder sehe ich das verkehrt? Wahrscheinlich wäre das dann halt auf, auf hart oder sowas dann tatsächlich der Fall. Aber wir spielen ja nur auf normal. So, wir sind fast bei mir zu Hause. In meinem Apartment. Einfach mal irgendwelche Autos hier kaputt treten. Völlig normales Superheldenverhalten. Wohl, wir wissen nicht, ob wir in Superheld sind. Meine Haus. Ich bin ab de Heat. Ich bin abwächtet. Ich bin abwächtet. Es war eine Falle. Super, wir haben noch nicht die Möglichkeit hier irgendwie gegen so einen Panzer zu bestehen. Aber da ist anscheinend der Typ, den wir suchen. Der uns das alles angetan hat. Vielleicht. Och komm, Leute. Was? Strike Team. Der Enem ist Redding the Strike Team Request. Also, sie sind schnell bewegend. Sowohl in der Luft als auch sonst irgendwo und werden mich verfolgen. Also, denjenigen mit einem WLAN-Signal müssen wir töten. Damit das halt nicht weiter passiert. Da ist auch noch einer. Ich glaube, ich habe ihn erledigt. Ich bin mir auch nicht zu 100% sicher.